So, rechts der Central Park. Oase mit einem Herzen von New York City. Hier ist immer was los. Hier gibt es sogar geregelt, wer wo. Fußgänger sind da drüben. Ja, Jogger. Hier sind die schnellen Fahrradfahrer. Hier ist auch ohne Autos richtig Stress, in Anführungszeichen. Das ist witzig, dass man hier eintaucht und sich innerhalb von Sekunden im Grunde genommen verlieren kann. Ganz viele kleine Wege. Ist ja künstlich angelegt alles, vor vielen Jahren. Wunderschön. Wir werden uns auch gleich mal irgendwo ein gemütliches Plätzchen suchen. Und dann werden wir uns ein bisschen entspannen. Also es ist wie ein Dschungel hier, ne? Und im Hintergrund sieht man das Dakota Building. Ganz berühmt. Davor wurde er John Lennon erschossen. Und hier im Central Park gibt es ein sogenanntes, ja da gibt es so ein Memorial, so ein Mosaik auf dem Boden. Und normalerweise spielt immer, wenn nicht jemand spielt, immer einer ein Lied von John Lennon. Hier gibt es übrigens Wasser. Ja. Ja. Wow. Ja. Das ist nicht letzte Mal. Ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017